weiterentwickelt ich hab den stück bei der Papier ich hab gar nicht genau die Lange war da kommt schon das erste Mal bei dem bereich wir finden es sehr aus aber nur wenn es richtig ich glaube schon genau vier holz 1 das habe ich oft vermutet jetzt habe ich und schießen mit Schlechthaus und jetzt ist es schön ist das nicht schön die Gorko mit der Ausbildung und hat mir ein paar Stunden konnte 2 5 so und das macht dann 2 5 9 2 2 1 und jetzt doch die Wohnung die Ruhr auch die Kinder mit dem noch okay nicht gerade wenig sind falsch geburt längste und die sind nur bei Menschen mit dieser Kult wird niemals die Kürbislatine die dort liebt auch so die die noch nicht ein bisschen was die Einladung sieht extra helloween 20 aber ich bin helloween geht ja eigentlich darum, dass man Angst hat von den Geistern und das gemacht haben und die Geistern hat, die Kürbischlaterne ich schicke gar nicht, warum Eigentlich sterben die dadurch noch nicht beide. Da werden dadurch fährtender Geister angezogen. Merkt man ja auch viel in diesem Spiel. Man merkt ja auch in diesem Spiel. Man merkt doch super schon, wie düster es ist. Wie ich diesen Körbis. Aber nur in der Ecke ist es düster. Und ich freue mich immer, wenn ich hier da voll irgendwie düster hier. Wie weit so düster. Hier oben an. Und schon ist es schön in hell. Aber wie, jetzt bin ich im Halloween drauf. Seht ihr, schon ist es alles schön. So schön wie nie. So, da ist eins. Da ist eins. Da ist keins. Da macht man eins in die Mitte. Oh yeah. Schön beleuchtet. Hört nur noch Kohle. Oh, ich hab ein Hero Run Skin. Ne, Hero Run is in game. Is Hero Run in game, ne. Und ich hab ein тут iranger divertiert. Oder ne. Und ich habe diesen graphene Ajax auch immer énorme carbone. Und ich hab mir vorsideen. Everybody anhört echt durch, die sehr равно Sk viable, das ist alles oberwerd. das ist nicht geil aber ich weiß es kann und die Bruder meines Freundes das gemacht hat gesagt nach dem Ort das ist sie sind kein Bild und in den Zettel aber auf jeden Fall doch nicht und das ist es lieben und wenn man es gut kommen wenn die was passiert und ein Bild ist nicht ein Mod, sondern es ist ein What? Okay, wir kommen gleich ein Zip-Ordner Keine Ahnung, irgendwie ist so komisch Es war ein äh, 4.7 Statue Keine Ahnung Irgendwann habe ich das bitte gelernt Was kommt? Es war irgendein komischer Ordner mit einem Reißverschluss Und als ich mein Minecraft geöffnet hat bestand da De-dead-not-Minecraft Ja, und wo wissen die denn, dass es in Minecraft ist? Ja, okay, das schnitt dich, aber als ich mein Mann Aber Minecraft hat sich nicht geöffnet Da ist schon ein ganzes Teil Ähm, ob das nicht aufgehen kann Für irgendwas auf Englisch Wie man es halt von den Engländern kennt Hm, Shit Auf jeden Fall baue ich mir jetzt erstmal in den Ofen So, Ofen Zack Ja, fredig Die will ich irgendwie mehr dann die Ecke klappern Keine Ahnung, irgendwie will ich das mehr Aber, wenn ich so will, sind nur ein bisschen Die sieht irgendwie besser aus Keine Ahnung Und der setzt sich dann da hin Ich freue mich noch nicht Ich mag das nicht Ich mag das nicht Ich mag die Welt nicht ich mag die ja wo es geht und so wird Kicke und der erste und und die Bezüge nicht gestorben 9 und ich bin auch bei ich sowieso hier der Namens und ich habe ich wusste nicht das war immer landet hab ich nie gewusst er ist nicht der ist man ich bin nicht so die zufrieden die 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 ich bin die ich bin ich bin ich bin nicht so viel die uns okay ich hab die die und noch keine Let's Place abgeschlossen ich werde auch Ömer löschen ja komm ich lösche es gleich ich mach jetzt Amigo bis bald komm ich lasse erst bei 10 Minuten ich hoffe halt ich schaffe es uns hier genau bei 10 Minuten ich werde jetzt die Uhr im Augenüberhalten du 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 okay ihr seht vielleicht nicht ich wollte gerade ein Ausschnitt machen statt nur dass sie sich aufnehmen und warum ich aufnehmen die den das muss man nicht gleich möchte auch gerade momentan und jetzt lösche ich drei zwei eins so bin ich habe das nicht gelöscht ich habe einfach hochgeladen doch nichts ich habe das nicht Gott sei Dank hoch noch nie Oh, was weiß ich? Der man sich was weiß. O, ey, schmuck. Naja, ich will doch mal nicht weiter fallen. Hallo! Ich lass mich kommen. Sag doch was! Sag was! Sag ihnen doch was! hallo wenn ich wieder nicht ich sehe, du bist draußen dunkel einigermaßen nein! wie ist das okay ich wusste es wo gehts lang? da ja klar okay, ich wusste es nicht ich gebe es zu ich wusste es nicht ich war ahnungslos forever boah, ich habe Bolle noch übrig und jetzt baue ich mir endlich mal ein perfektes Blatt am Ende habe ich mit mir ein Holz was sogar der Fall ist oh mein Gott und dann habe ich hier noch Birkenhülle zuck, zuck, zuck so, alle Kinder hier jetzt zuschauen so baut man sich im echten Leben ein Bett man gibt einfach ein Blatt was viele Kinder und Striche die gleich lang sind damit sie gleich fliegt und mal da genauso noch Holz rein egal was für ein Holz das ist egal auf jeden Fall so das haben wir immer Kraft und dann wohin oder hab die Bett so macht man das so geht es auch um echten Leben, ne? und einfach dort einfach sich ein Strophen weh macht man sich im Blatt zack 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 oh cool ein Bett das ist 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 alles gut das ist ein Bett das ist alles gut oh, ich baue mir jetzt ja so was will ich jetzt noch mal machen ja genau ich weiß gar nicht ob das geht gut ein Stick Schild da schaue ich jetzt mal hin ich ja Hilfe Flush Time set wie Piper hoffentlich Gott sei Dank eh am Ende ist die Städte von meinem Haus in Piper Vergrüße Haus von Markus eh ich heiße Markus das ist mein neuer Kanal von mir ich jetzt an LPM hat einen neuen Kanal genau das nenne ich mir jetzt aufs Ausnahme ich bin Neos an LPM oder Let's Play Marco Schino 12 ja lustig aber das lustig aber eine andere Stimme genau Scherz zu Mario Gomez nicht was wenn sie den Fußballer am Let's Player hier das das war auch voll gehen egal so ich hab doch endlich meine Tue Gott sei Dank die Klappe ich da auch mal hin wo klappe ich die hin ah ja genau ich klappe ich dort hin so alles was ich grad nicht gebrauch das da brauche ich nicht naja das könnte ich vielleicht nicht gebrauchen er braucht ja immer ich hab schon mit dem das nat von Erde das braucht man nicht boah egal so das kann man auch gebrauchen das braucht man nicht das braucht man nicht das braucht man nicht das braucht man nicht irgendwie hab ich immer voll gesundheit Stimmt ich spiel auf Pismo, wo der Hammer gar nicht schon mal verliert, als man trennt. Und er hat nicht ein schwieriges Problem, ich freu es sich nicht mal auf die Welt. So, die Erd braucht man, Schoffel braucht man nicht. Dazu sollte man Schilder gebrauchen, und dazu sollte man die Erd und so. Die braucht man auch nicht, das braucht man auch nicht. Ja, da hat man ein bisschen... Ich brauch nicht so schön Ast, ich wollte nur ein bisschen weggehen. Und falls ich hier Tiere finde, was nötig werden sollte... Da genau, das habe ich weggeworfen, was ich brauche noch. So, ich brauche Stein und... Ja. Das brauche ich. Ich brauche... Ein Stein. So braucht man ein Schwert. Du, du... Sieht irgendwie cool aus. Ja. Das schlief nicht. Gut. Was war das für ein Geräusch? Etwa. Das kommt. So. 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 Bei mir. Man sieht, man ist einfach jetzt ein복gelrohr. Und, wenn wir einfach ... so. auch Abenteuermodus dass man nichts abbauen darf ist klar ne Rennen aufs Wälder geht nicht kann man ja auch nicht einfach so ja ich will das haben und kommt da dran ne ich boah ich bin scheiße da braucht man Abenteuermodus wüsste ich auch schon ich weiß das ist nein ich weiß das nicht durch Google oder Youtube ich hab selbst da rausgefunden ich hab ich weiß ich nicht was hat das ich kann ja auch damit es dringend gehen ich hoffe mal das wird nicht zu machen game mode 2 ich darf nix anbauen 0 oh echt darf ich dann weiß ich keiner dann habe ich keine Ahnung ja seht ihr ich hab nichts abbauen nur anbauen also jetzt wissen es alle die 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 Egal. Egal. Das tut gut. Egal. So, wo war es stillgebild? Genau. Aber ich kann nicht mehr wissen. Lass mal. Warte, wieso nicht gehen? Lange ist der Part? Okay. Ich werde mal wiedersehen.